Puh, was für ein Glück, ich konnte jetzt gerade noch rechtzeitig das Anschlusskabel für den 3D holen. Echt, er hat jetzt echt schon rot geblinkt, düd, 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 und dann fällt er ja jeden Moment aus. Jetzt habe ich kurz Aufnahme abschalten müssen, Aufladkabel holen, angesteckt, und jetzt geht's weiter. Okay, ich glaube, wir waren im Level, ähm, ich glaube, im Level 3, 5 waren wir jetzt drinnen, okay, und jetzt geht's weiter. Hm, ob ich das nicht sogar in zwei Part unterteilen könnte? Ja, vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht ist das ja jetzt schon ein neuer Part als den, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Könnte ich jetzt aber echt machen, warum nicht? Ein bisschen ausgefeuerte Idee, weil jetzt nochmal was lustig ist. Ja, vielleicht mache ich das sogar, okay, Feuerangriff. Gut, den einen Krotzus haben wir beseitigt. Ach, herrje, jetzt brauche ich Heilung, jetzt brauche ich Heilung. Okay. So, sehr gut. Viel Heilung. Und jetzt viel Schaden. Jö. Okay, Moment, jetzt brauche ich gute Kombos. Bitte Kombos. Wenn man sie braucht, dann kriegt man es nie. Aber wenn man sie dann braucht, dann... Moment. Wie, was soll das jetzt heißen? Die haben mich erledigt. Jö. Ich darf neu anfangen. Tch, tch, tch. Okay. Jetzt ist es endgültig beschlossen. Das hier ist ein neuer Part als der, wo ich... Wo der 3, der es angefangen hat zu blinken. Okay, neuer grüner Koopa. Und ein neuer roter Koopa. Oh, Backe, Backe, Kuchen. Der Bäcker, der hat gerufen. Wir gehen jetzt nochmal in den Level rein und besiegen dieses blöde Koopa-Stackelschwein. Ach, lustige Reime. Okay. Aber das lässt mir jetzt nicht gefallen. Ich gehe da nochmal rein und mache sie fertig. Ja. Okidoki. Gut, gut, gut. Wollen wir mal anfangen? Okay. Moment mal. Ähm. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na bitte. Man muss halt einfach Glück mit den Kombos haben. Dann läuft's. Wir haben Schnürchen. Ja. Ok. Momentchen. So. Komm, löst das jetzt... Ah, das löst leider keine Kombo aus. Wieso gibt's das eigentlich so wenig? Boah, die sind aber echt stark. Diese Koopas. Ähm. So, na bitte. Komm, jetzt... Ja. Ich möchte jetzt nicht noch ein Kontinuum verbrauchen. Puh, ein Glück. Irgendwie stehe ich noch. Irgendwie. Irgendwo. Und, ähm... Irgendwann. Okay. Ähm. Ähm. So, sehr gut. Heilung. Pinguin. Boah, boah, boah. Komm, komm, komm. Bitte erledigt sie. Erledigt sie. Einer ist zumindest erledigt. Puh, knapp. Fast ja die eine Runde noch überstampen. Aber diesmal hab ich ja zum Glück drei Continuos. Und diesmal bin ich besser gewappnet. Okidoki. Okidoki. Ja, diesmal schaff ich's. Diesmal schaff ich's schon. Irgendwann schafft man alles. Ob ich auch die 100 Sprünge in Super Mario RPG je schaffen werde. Na gut, das ist jetzt ein anderes Thema. So. Ähm. Okay, das hat jetzt sich nicht wirklich ausgezahlt. Boah, warum sieht die Kuppe so stark? Sehr gut, komm, das muss ich jetzt erledigen. Hm, nein, immer noch nicht. So. Jetzt reicht's mir. Kuppa, mach ihn platt. Na bitte, geht doch. Aber das ist die echt immer, diese Paracupas. Viel Verteidigung. Werde das gedacht. Ok, jetzt nehmen wir die Abkürzung. Ah, sehr gut. Es gibt wenig Sternseeren. Ja, sehr gut. Wir nehmen die Abkürzung. Okay. Ähm. Hm. Ähm. Hm. 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 So. Hier. Echt, wieso ist denn der Level so schwer? So, gut. Okay, ganz mal so schlecht. Ich will vielleicht mal aufhören. Okay, ähm, Feuerball. Hm, andererseits. Vielleicht, na, ich nutze es jetzt einfach mal. So. Ähm. Okay, viel gebracht hat, dass er jetzt nicht. Komm, ich brauche mehr Kombos. Das war jetzt nicht gut. Das war sehr blöd. Ah, das ist gut. Sehr gut. Hm. Hm. Was? Schon wieder? Schon wieder? Warum sind denn die so stark? Oh ja, Luigi-Time. So, komm, ich brauche Kombos. Immer wenn man sie braucht, dann kommen sie nicht. Und immer wenn man sie nicht braucht, dann kommen sie. Okay, aber ich glaube, ich glaube, diesmal schaffe ich's. Hoffentlich. Moin. So. Hm. Hm. Es ist schon irgendwie... Hm. Ach, herrje. Okay, ich nehme jetzt mal Käferabwehr. Dadurch werde ich geschützt. Dann mache ich so. Ja, sehr gut, sehr gut. Und gut, gut. Gumba, Gumba, Gumba. Moment mal. Ich visiere jetzt den da an. Gut, komm, komm, bitte erledigt den rechten. Naja, fast. Aber es... Halt fast. Okay. Ja, 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 gut, 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 gut. Wirst du den nie erledigen? Okay, das ist eigentlich gut. Das heißt, ich, ähm... Sehr gut. Und... Okay, so... Oh ja, gut, gut. Komm schon, das schaffe ich diesmal. Wie zolle ich denn mich? Ähm... Ähm... Schon wieder. An fast derselben Stelle wie beim ersten Mal. Oh, Backe. Na gut, einmal gehe ich noch rein. Einmal aber nur noch. Und diesmal möchte ich das verdammt nochmal schaffen. Aber vielleicht, ähm... Ich könnte es vielleicht ein bisschen besser zusammenordnen. Ähm... Nein, ich nehme wieder den Eis Mario. Der war besser als der Feuer Mario. Ja. Ich glaube, so ist es echt besser. Ja, sehr gut, er blockt und greift nicht an. Ah, Mist, das habe ich jetzt blöd. Aber ist nicht schlimm. Hoffe ich zumindest, dass es nicht schlimm war. Wieso kriege ich hier nie gut kommen, wo es... Das konnte doch echt nicht sein. Hm. Ja, gut, 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 gut. So, komm. Jetzt. Nein. Wegen dem kleinen Strich verliere ich jetzt ein Continue zu früh. Days konnte aber wirklich nett sein. Nochmal. Diesmal schaffe ich dieses blöde Level endlich. Hm. Hm. Moment. So. Ja, gut, 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 gut. Ja, ich glaube, diesmal schaffe ich es. Diesmal schaffe ich es. Diesmal schaffe ich es. Die tanzenden Fässer finde ich so lustig. Okay. Da könnte ich jetzt ja rein theoretisch viel Feuerblume. Tja, na bitte, na bitte, na bitte, na bitte, diesmal schaffe ich es. Da bin ich mir sehr sicher. Obwohl, das war ich mir letztes Mal auch schon. Man soll nie den Tag vor dem Abend loben, aber... Naja, vielleicht manchmal schon. Hm. P, ich konnte es aber wirklich nicht sein. Ich hasse es, wenn so ein kleines Fizzl-Fuzzl auf... Fizzl-Fuzzl-Energie noch bleibt. Hm. Okay, wenigstens habe ich jetzt einen Rempler, viel Energie und noch zwei Kontinuos. Okay, Feuerblume. Ähm... Ein Glück, ich kann die Abkürzung noch nicht den längeren Weg nehmen. Okidoki, aber diesmal wäre es gut, wenn ich Stern nehme. Ähm, äh, so. Nichts nicht mehr. Aber ist auch recht gut. Moment. Komm, jetzt bitte ein paar Kump. Oh, es versteht. Ich meine an dem Wort bitte eigentlich nicht. Okay, so, Rempler macht ihn einen Platz. Ja, er macht einen Platz. Oder ein neuer Wasserhelfer. Oh, es ist gut, oh, es ist gut, oh, es ist gut. Ähm, ähm, ähm. Äh, naja. Okay. Oh, ich habe jetzt gar nicht gemerkt, dass ich besiegt worden bin, weil ich schon so schläfrig war. Okay. Gut, 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 gut. Wenn ich doch nur immer ein bisschen mehr Schaden machen könnte. Gut, 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 ja, das ist gut. Das sieht ja schon etwas besser aus. Okay, ja, das sieht besser aus. Besser, besser. Die Sneakerswerbung mit dem Kremlin finde ich so lustig. Boah, schon zwei Wasserhelfer? Ich bin schon so schläfrig, dass ich schon gar nichts mehr merke. Oh ja, gut, 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 gut. Und? Aber im Glück, er greift noch nicht an. Okay, äh, irgendwie, irgendwo, und, ähm. Irgendwann, irgendwie habe ich es geschafft. Gut, gut, ja, wir haben jetzt aber schon tolle Level abgestarten. Aber das geht noch besser. Okay, gut, dann nehme ich jetzt mal Käferabwehr. Das verringert ja den Schaden. Ähm... Ja, gut. Na, endlich kriege ich Kombos, wenn ich sie brauche. Das wäre jetzt, um ehrlich zu sein, schön, wenn der eine in der Mitte abhaut. Weh? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Normalerweise will man ja immer, dass dieser Krötzsoße stehen bleibt. Aber ausnahmsweise will ich, dass er abhaut. Okay, ein Glück, ja. Moment. Sehr schön, ich will sie jetzt den an. Mach Rempler, Rempler, Rempler. Hm. Hm. Jetzt erledigen sie mich. Ja, aber nicht schlimm. Ein Continue habe ich noch. Komm, bitte, 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 lass mich jetzt nicht im Stich. Nein, 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 nein. Bitte lass mich nicht im Stich. Hm. Boah, das war jetzt gut. Das war jetzt gut. Das war extrem gut. Puh, toll. Neuer Feuerhelfer. Wie lange ist der Level noch? So weit bin ich bisher noch nicht gekommen. Hm. Okay. Ja, das war sehr gut. Ah, sehr gut. Komm, hau ab. Nein, nein, hau nicht ab. Ist ja wie immer typisch. Hm. Hm. Mist, Mist, Mist. Aber, hey, die ziehen auf einmal total wenig ab. Ah, gut, 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 der greift nicht an. Die greifen mit wenig Angriffskraft an. Okay, sehr gut. Okay. Ja, wirklich gut. Noch besser wäre es, wenn er jetzt abkaut wäre. Äh, okay, der Streifen ist aufgehört. Okay, sehr gut. Sehr gut, Heilung auch noch. Gut, gut, ich glaube, diesmal schaffe ich es echt. Diesmal schaffe ich es, diesmal schaffe ich es. Komm, bitte, bitte, bitte. Rempel auch noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, eine Röhrer und ich glaube, die führt jetzt zum Bosskampf. Komm, bitte den Bosskampf, wo sie jetzt noch überstehen. Ja, Bosskampf. Und dahinter stehen zwei Fässer. Puh, das ist ja eine coole Kampfarena. Okay, das ist der Boss. Para-Gumba, das ist eine Piranha-Pflanze. Ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Okay, erstmal den Rempel. Okay, Gumba gegen Gumba. Aber mal ein lustiger Kampf. Okay. Sehr gut. Puh. 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 Komm, bitte, bitte, bitte. Ich muss das jetzt schaffen. Käferabwehr. Komm, 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 komm. Nein. So weit bin ich gekommen. So weit. Doch so fern. Um. Es ist eine... Oh. 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 Hmmmmmmmm